Die Urkunden sind eher vor ausgestellten Stammhunde, wenn die ein oder andere regelt war, wenn wir nicht vorgehalten haben, das wollte ich euch dann überraschen sein. Ich melde euch wieder in der Sorge, wenn wir nicht noch an. Und wie gesagt, lasst euer Publikum. Meine Damen und Herren, ich werde vertretungsweise mal eine Urkunde vorlesen, damit Sie auch wissen, was auf diesen Urkunden draufsteht. Urkunde. In Würdigung ihrer Verdienste um das Wohl der Stadt Laumburg-Elbe wird Herren, Ömer, Kielitsch und natürlich auch allen anderen, auf Beschluss der Stadtvertretung vom 12. Dezember 2012, der Ehrenhändler der Stadt Laumburg-Elbe verdient. Laumburg-Elbe, den 4. Januar 2013, unterschrieben von unserem Bürgermeister, Herrn Andreas Bieder und von mir, dem Bürgervorsteher Andreas Lohier. Die Teller gibt es selbstverständlich für die Gruppe nur einmal, aber die Urkunde sollen natürlich alle bekommen. Bitte. Applaus Applaus Hallo, wie geht's wieder? Haben wir gestrafen, daheim nicht die Haar. Nein, das wird davon gehen. Ja, wir werden jetzt jetzt mit dem Junior G-Breaker hören. Tolle Trommelheuer, oft schon ein bisschen nichts. Wäre eine ganz tolle Geschichte jetzt. Ich freue mich auch wahnsinnig. Damit habt ihr jeder, bis an die Rente, jeder kriegt ein paar Euro aufs Konto. Ich bin begeistert. Also, dass die Stadt Laumburg-Elbe das möglich macht, ich bin begeistert. Die Junior G-Breaker. Applaus Ja, bitte. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.